hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von palia ja in der letzten folge am ende habe ich ja schon gesagt dass ich die nacht jetzt mal ein bisschen nutzen werde um offline ein paar fische zu angeln das habe ich auch gemacht und ich sollte das mal wieder weg stecken weil das irgendwie zu groß ist ich habe dann dabei auch gesehen oder mit dem angler können wir auch noch mal geben dass man wieder mit zeigt mir keine namen werden mit mit rev sprechen kann so für alle die sich übrigens fragen weil er die anfrage kam über den channel wie ich das mit der markierung gemacht habe hier unten rechts könnt ihr das sehen wegpunkt setzen da einfach das rettchen von der maus drücken ich weiß allerdings nicht wie es jetzt ist bei der switch also da müsste dann was anderes stehen und ich weiß auch nicht wie es ist wenn man jetzt gar kein rettchen hat das müsste der aber normalerweise erkennen gehe ich mal von aus ich kenne jemanden der hat eine funktion auf dem rettchen drauf also der ist auch jetzt ein bisschen gearscht weil diese funktion immer angeht ich weiß nicht dass es irgendwie sowie taste e drücken oder so glaube ich und deswegen kann man das jetzt nicht mehr benutzen das ist natürlich auch nicht so toll es ist lustig dich hier zu sehen oder gar nicht lustig da du auch hier wohnst was ich habe dir ein kochbuch für das herz mitgebracht was süßes für die süßen ein leitfaden zur vorzubereitung von nachspeisen zum dahin schmelzen sieht so aus als hätte jemand eine vorliebe für die feineren dinge des lebens und damit meine ich raffinierten zucker ein ganz großes übel und für alle schlimm krankheiten zuständig sprich fettleibigkeit herzattacken und so weiter ganz ganz böse was dagegen wenn ich dich sweet tooth nenne äh ist das nicht der name von dieser ein netflix serie gewesen sweet tooth ich kann mich grad nicht mehr so dran erinnern mit diesen halb mensch halb tierkindern antworte nicht darauf ich werde es so oder so tun oh und fast hätte ich es vergessen hier ist eine schüssel meiner weltberühmten gemüsesuppe um meine ewige dankbarkeit zu zeigen aus irgendeinem grund habe ich eine menge davon übrig stell dir vor okay ja was braucht der denn heute ich mache diese woche papas rellen nass und könnte ein paar frische kartoffeln gebrauchen ja das ist ja toll aber ich kann keine kartoffeln einpflanzen ja gut vielleicht kommen wir noch dazu wegen den samen zu gucken das wollte ich ja heute auch noch machen diese dinger gehen immer weg wie warme semmeln oder du weißt schon heiße kartoffeln ich lache da mal spät ich musste also in der bibliothek vorbeischauen um dieses kochbuch zu holen das ich zurückgestellt hatte und ich schwöre ich glaube kaleri könnte eine statue sein ich habe sie noch nie die rezeption verlassen sehen oder ist sie ein super super realistisch aussehender galdur die welt wird es vielleicht nie erfahren mhm kochnotfall so 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 er ist hier hinten dann würde ich sagen gehen wir da doch auch mal eben schnell hin ich möchte jetzt wissen ob er mir oh moment auch welches ey das ist nicht dein ernst hier ist doch gar keiner welches dummer arschloch sorry wenn ich das so sage hat den jetzt hier erschreckt man jetzt stand der da so perfekt und von der anderen seite kriegt man sowieso das ganze mit einem schuss nicht hin moment wo ist jetzt das ist der sohn äh 53 die frau habe ich schon gefunden wo ist er denn jetzt auf dem kör ach da hallöchen ne ich kann wieder nur chitten schön dass wir uns heute begegnen ach es ist schwer vom leben frustriert zu sein wenn der himmel so schön aussieht findest du nicht auch schau mal die wolke da oben an was erinnert sie dich wenn ich die sehen könnte äh was ist denn ein ormu sind es diese großen viecher an eine wolke genau äh an einen salatkopf würde ich jetzt normalerweise sagen das würde zu ihm passen aber ich sag mal ein ein bezauberndes ormu ein ormu mhm ich kann es sehen es sieht ein bisschen aus wie ein ormu der die finger vom futter lassen sollte ja aber ich verstehe das nicht oder hat er hier irgendwo äh eine kasse stehen die man benutzen kann hier kann man auch nichts von klauen hätte sein können dass man ein paar äpfel nehmen könnte oder sowas oh 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 hä ich hab den doch komplett getroffen hallo kann ich das hier einsammeln wieder ne ne bleibt doch mal stehen boah ey heute ist aber auch alles hier ich guck mal eben hier rein aber das ist nur ein privathaus ne die haben keine kasse na gut ich verstehe das irgendwie nicht mit ihm kann ich auch nur chatten oh entschuldige ich hab gar nicht gesehen ich hab dich gar nicht gesehen ich war ein bisschen abgelenkt das passiert mir häufiger ich mache immer eine to do liste mit all den arbeiten die rund um den hof erledigt werden müssen aber dann vergesse ich die liste meistens in meinem zimmer das ist sehr intelligent vielleicht sollte der erste punkt auf der liste morgen sein vergiss meine liste nicht ja aber wenn er die liste vergisst dann vergisst er auch dass er die liste nicht vergessen soll das ist logisch ist logisch oder ähm gut reden wir nochmal mit ihr mit ihr können wir aber auch nur chatten schön dass du vorbeigeschaut hast ich bin immer froh hier ein bekanntes gesicht zu sehen es stört mich nicht wirklich ne es stört mich wirklich nicht alles sauber zu machen wenn auch nie zum spielen raus geht aber könntest du ihn bitten wenigstens seinen teller nach dem abendessen abzuräumen bevor er wegläuft heißt das ich muss jetzt nach ihm sehen ja und ihm das sagen oder ist nicht markiert worden dann war das wahrscheinlich nur so ein ausdruck ein ausdruck der freude wir könnten es bei ihm nochmal probieren ich weiß es nicht also nicht er jetzt sondern hier der der eine der da ähm ist das nicht besser wenn ich da rumlaufe oh die brauchen wir hallo achso ich hab das ja jetzt ich hab's jetzt auf eh umgeschaltet und jetzt bin ich nur noch einfach drücken ach das ist doch gemein so Moment ich seh den gar nicht mehr wo ist er denn jetzt was dein fell braucht ich sag ja ich bin jetzt nur noch e am drücken äh f am drücken ah aber ich glaub da werde ich mich schnell dran gewöhnen also das ist nicht das problem ich hab's jetzt dummerweise nämlich umgestellt von der letzten auf der jetzigen Folge ähm wo bin ich denn jetzt Moment hier ist die eigentliche Stadt oder jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen ich hoffe ich hab jetzt nicht geschossen so hier ist eine Kasse die ich nicht benutzen kann nebenbei wieso kann ich die Kasse nicht benutzen hä da kann ich nur Essen kaufen achso ja stimmt hier verkauft er ja wieso ist der eine der doch am schlafen oder was wieso kann ich denn die Kasse nicht benutzen ne der ist hier kommt grad runter oder was da ist er doch hallöchen open open store ja ich würde gerne aha herstellungsanleitung mhm Leuchtpilz und so weiter kann man kaufen aber was auch immer ich jetzt gerade eigentlich hier kaufen wollte ich bin mir grad nicht sicher ähm ich kann es nicht Anforderungen nicht erfüllt was ist denn die Anforderungen achso ich muss das auf Stufe 5 haben ja ich brauche auf jeden Fall noch die die Kupferbarren achso genau nach den Samen wollte ich eigentlich gucken aber ich glaube da habe ich hier schon mal geguckt ne äh das habe ich schon mitbekommen dass der das nicht hat so hier ist nur die Schmiede da kann ich auch kann ich da mittlerweile eine verbesserte Schmiede oder sowas kaufen wahrscheinlich nicht ne ach hier kann ich aber die Kupferbarren kaufen ja klar Moment 1 2 3 4 5 die müssen wir auf jeden Fall ich weiß halt nicht aber ich denke das ist der Arbeitstisch den wir haben so von der Optik her deswegen werde ich den jetzt mal nicht holen weil das wäre Blödsinn ja gut wenn man natürlich noch Leute da hätte oder so die einen helfen dann würde sich das noch lohnen mit so einem zweiten Tisch aber sonst natürlich nicht Moment kann ich hier nicht auch ähm ähm die Zimmer die fangen oh Moment Herstellung erhöht die Anzahl der Handwerker die du platzieren kannst Handwerker lohnt sich das wenn ich wenn ich das kaufe weil dann habe ich nämlich nichts mehr übrig ja gut ich meine die Fische die die muss ich sowieso jetzt reintun wenn ich gleich zu mir nach hause gehe ich würde sagen Erweiterungen kaufen wir auch noch so was brauche ich eigentlich dafür als Anforderungen was 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 Haus äh Erweiterung 2 wahrscheinlich erst wenn ich die Sachen hier gebaut habe oder so also ich habe keine Ahnung was das ist erhöht die Anzahl der Handwerker die du platzieren kannst ich weiß nicht ob ich die irgendwie bezahlen muss oder was oder was das jetzt genau bedeutet ich riskiere es jetzt einfach mal ich kaufe das Ding jetzt mal für 500 ich habe absolut keine Ahnung was das bedeuten soll ähm das heißt wir gehen aber auf jeden Fall jetzt erstmal wieder ins Haus zurück äh nachdem ich hier nochmal kurz geguckt habe weil er ist doch eigentlich müsste ich doch hier Samen kaufen können oder nicht ach willst du mich denn veräppeln wieso habe ich das zuletzt nicht oder habe ich das zuletzt gesehen und habe es wieder vergessen das kann natürlich auch sein ah der hat auch die Pelze hier wenn man die mal dringend braucht das ist gut und hier diese diese Sernuk Dings ich habe nämlich keine Lust jagen zu gehen ne ganz ehrlich ich bin ganz ehrlich ich gehe lieber angeln als zu jagen ich meine die kleinen wenn man ein bisschen Glück hat die sind noch relativ gut zu kriegen ach zeki ja zeki ach du blöder Mistkerl ich schreibe mal da mal in Klammern Kater drunter ja deswegen habe ich aufgeschrieben dass der die Samen hat natürlich ach mein Gott ich bin schon wieder komplett verwirrt heute ei 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 okay wir müssen aber trotzdem erstmal nach Hause noch die Fische da rein tun und irgendwas anderes machen achso genau das mit der Axt herstellen und die Erweiterungen und so da müssen wir uns dann auch mal eben drum kümmern ach also es ist natürlich einfacher oder kostengünstiger sage ich mal die zu jagen aber es ist natürlich einfacher das dann einfach zu kaufen wenn man so einen Pelz oder so braucht so noch sehe ich keinen Handwerker der mich hier überfallen hat oh freie Platzierung was ist das für ein spaciger Typ äh blende im Platzierungsmodus das Platzierungsfenster mit Z ein also Platzierungsmodus meinen die jetzt aber das mit Steuerung oder oder was meinen die jetzt genau also mit Z halte alt gedrückt um die Bewegung des Objektes entlang der horizontalen achso vertikalen Achse zu sperren ähm okay also Platzierung ja ich weiß ich weiß ich bin schon alt ich habe mein altes mein halbes Leben hinter mir ähm Z und dann mit alt ähm sperren auch wenn ich nicht so ganz verstehe was die meinen aber ich nehme mal an die meinen das wirklich mit Steuerung hier äh Post haben wir auch noch Moment wir müssen aber erstmal kurz die Sachen hier loswerden ach ja die ganze Zeit funktioniert das wunderbar mit E und dann auf einmal drücke ich wieder F äh Moment die behalten wir jetzt erstmal die Blumen die schmeißen wir jetzt hier oben rein die werden wir auch nicht mehr verkaufen beim Steuerrad bin ich mir nicht sicher da steht zwar dass das Abfall ist das stammt vielleicht von einem Reisenden aber einer hatte was gesagt also der Bürgermeister glaube ich war es hatte doch irgendwas gesagt von wegen ich soll Räder herstellen oder sowas oder Räder suchen und ich bin mir jetzt nicht sicher ob der das jetzt meint oder nicht meint keine Ahnung ich mach das mal vorsichtshalber da rein dann der eine ich weiß nicht mehr wer es jetzt gewesen ist wollte eigentlich gebratenen Fisch ich bin aber ganz ehrlich ähm die Quest also diese Geschenke Dinger interessieren mich jetzt nicht so sehr ja für mich ist es wichtiger wirklich Gold wieder dazu zu bekommen ähm das haben wir soweit alles durch das könnten wir gleich nochmal nehmen jetzt ist das schon wieder komplett runter wie schnell geht das bitte das sind auch nochmal 500 Gold okay dann essen wir das mal eben was wir bekommen haben und ja damit es weg ist können wir auch nochmal das was wir selber gemacht haben und was ist das für eine Kiste muss ich die muss ich die öffnen was ist das für eine Kiste öffnen achso deswegen kann ich die nicht platzieren okay ein provisorisches Bett ist da drin das sieht gar nicht so schlecht aus vor allen Dingen bei dem Gedanken dass wir immer noch kein Bett haben ähm Moment jetzt jetzt muss ich mal eben gucken also Z Z ist Blödsinn oh äh okay bei Z kann man ne das kann man aber auch so anscheinend okay wenn ich jetzt alt drücke wenn ich das gedrückt halte dann kann ich das aha okay bringt mir jetzt nicht viel aber ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen doch das ähm äh da ich jetzt eh keinen Platz habe und hier wahrscheinlich sowieso in meinem Leben nie jemand reinkommt habe ich jetzt da mal meine Schlafecke da meine Wohnzimmer da meine Küche und äh ja ist doch ein geiler Raum oder na gut in erster Linie habe ich die Sachen jetzt ja auch nur da abgestellt so einer wer war denn das nochmal ich weiß es nicht mehr achso der der Angler sei gegrüßt äh oh es ist ein Rezept für eine Wurmfarm ach die hat er neu dazu bekommen wenn ich das richtig verstanden habe ja würde ich alles gerne machen aber dazu brauche ich natürlich dann auch erstmal wieder Gold achso genau eine Sache wollten wir noch machen und zwar wollten wir die verbesserte Axt machen äh wo haben wir die denn von mir aus auch gewöhnliche Axt ist mir doch egal so perfekt Frage ist jetzt nur was war das mit dem herstellen achso zum herstellen oder was Moment Reparatursatz 20 mal hätte ich das gewusst hätte ich dann einmal ne hätte ich nicht weil ich habe kein Geld mehr aber theoretisch hätte ich dann noch einmal mehr Kupfer mitgenommen äh verwenden sie diese Reparatursets zusammen mit der Reparaturstation um ihre Werkzeuge zu reparieren ok also das ist wenn wir das alleine machen ist natürlich jetzt nicht günstig ne und Bretter haben wir jetzt auch nicht mehr so viele gut die können wir natürlich wieder neue holen Kupfer ist allerdings nicht so günstig muss ich jetzt auch dazu sagen bitte mal ein Glasofen was braucht oh da brauchen wir neue Steinziegel für zweimal Kupfer und Keramik ich vermute mal das ist wenn man Lehm brennt das wäre dann die nächste Frage können wir Lehm da rein machen und wo kriegen wir Lehm her also wir können es kaufen das weiß ich zur Not ich glaube dass wir den bekommen haben als wir das Beet angelegt haben also sechsmal Ziegel brauchen wir auf jeden Fall noch und was brauchen wir hierfür auch wieder das gleiche aber mit Keramik aber die würde ich schon gerne herstellen bin ich ganz ehrlich ähm wie viele tun wir denn da rein du brauchst mehr Material für die herstellen also wir brauchen zwei Stück um einen Ziegel herzustellen okay also zwei drei vier fünf sechs damit das dann äh macht der das denn Moment fünf aber eins ist drin ja ja doch dann müsste das passen okay dann lassen wir den jetzt erstmal hier ein bisschen arbeiten was wir noch machen könnten oh wir haben fast kein Holz mehr ähm gut wir machen das auf jeden Fall rein so wie mache ich das jetzt mit der Axt oder ist die einfach verbessert ich glaube die ist einfach verbessert ne aber wenn ich die jetzt ach das ist doch scheiße wenn ich die jetzt reparieren muss dann kann ich ja nie wieder sagen dann nehme ich einfach die andere Axt um die kleinen Bäume zu machen diese kleinen Dreckskerle das ist jetzt wirklich und es ist nicht günstig ne muss man jetzt auch dazu sagen jetzt ist die große Frage drei 13 Sprint wir haben eine Eichel bekommen oder können wir das ne können wir nicht wir müssen das aber mal eben gießen so und dann können wir hier weiter arbeiten okay da muss ich jetzt mal eben drauf achten also diese diese bräunlichen Bäume die können wir auf jeden Fall weg machen 13 Sprint ich kann es ehrlich gesagt jetzt gar nicht sagen wie viel wir bei dem anderen bei den kleineren bekommen haben aber ich nehme an bei den größeren hat man dann mehr was oh ist das euer Ernst naja gut die sind auch ein bisschen größer glaube ich wiederum als die ne also diese bräunlichen Bäume die kann man machen mit der Axt aber die weißen anscheinend nicht ich tippe jetzt mal einfach spontan da drauf dass wir wahrscheinlich drei Stufen zu jedem Werkzeug bekommen achso okay es hängt wohl nicht an der Farbe sondern es hängt wohl damit zusammen wie groß und breit die sind oder so ich weiß es nicht was mache ich mit der Eichel 17 Splintholz das war jetzt natürlich schon gut Frage ist jetzt gibt es einen Unterschied zwischen den weißen Bäumen und den andersfarbigen Bäumen das hört sich so rassistisch den Bäumen gegenüber an aber eigentlich haben wir sonst nur braune Bäume oder obwohl ja gut hellbraun dunkelbraun dann gab es ja noch die kleinen die waren ja teilweise so grünbuschig oh Leute sagt mir doch vorher welches kann man die nicht markieren so ein rotes X drauf machen das sind die die man nicht machen kann oder so weil ich könnte mir gut vorstellen jedes mal wenn ich versuche einen Baum zu fällen ich muss das mal eben ausprobieren nach dem hier Moment ich gucke auch mal kurz oben links ah ist nur eine Mutmaßung aber ich glaube sobald man diese verbesserte Axt herstellen kann denke ich dass man nur noch durch diese größeren Bäume mehr XP bekommt weil die kleinen die haben mir so fast gar nichts gegeben da war ich irre lange unterwegs und habe oben fast nichts bekommen und jetzt gehen wir schon gut hoch gerade jetzt muss ich unten mal gucken ne ok der macht aber auf jeden Fall das Werkzeug nicht kaputt wenn man da auf den Baum haut den man eigentlich nicht machen kann das ist schon mal gut oh nein ich mache mir hier gerade meine ganzen Sachen ja ihr Lieben da bin ich dann wieder zurück das ist jetzt der zweite Crash innerhalb von ja knapp einer Stunde scheint wieder ein super gutes Update gewesen zu sein heute der Loot den ich eigentlich nehmen wollte ist anscheinend auch weg ja wunderbar ja was soll man dazu jetzt noch sagen die Bretter nehmen wir mal an ok das Holz ist alles das gleiche also da stand ja auch Splintholz immer drauf das weiß ich ja aber das ist alles das gleiche immerhin gut dann hauen wir die mal da rein und wir machen mal ein 100er Stapel einfach in die Kisten noch rein ach ja ach ja ich hoffe dass sie das schnell wieder beheben sonst kriege ich hier die Krise bin ich ganz ehrlich ach so stimmt wir haben ja auch noch ah Moment da müssen wir auf H drücken vier Stück habe ich geholt Mist fünf brauchte ich das war mir jetzt irgendwie wieder so klar gut dann fangen wir mal hier in der Mitte an da und da und gut man sieht es ja jetzt nicht also machen wir das jetzt erstmal hier rechts wie viel haben wir denn jetzt hier noch das die Frage ist jetzt ähm bei einer Erweiterung vom Haus kann man denke ich mir mal auch später die hier auch nutzen nehme ich mal an so die andere Frage wäre jetzt noch was mache ich jetzt wo habe ich denn habe ich das im Inventar drin nee ich habe doch diese eine dieses eine mit dem Baumeister da gekauft was kann ich denn jetzt damit machen oder muss ich da irgendwas mit machen hmm das ist eine gute Frage weil überhaupt Moment Entwürfe Default Slot ähm das ist nur die Sache wer da rein kann Baulimit 1 von 13 1,2,3,4 5,6,7,8 19,11,12,13 heißt was dass ich jetzt theoretisch über ein Haus drauf oder jetzt Sachen vom Haus drauf bauen könnte oder wie ich weiß es nicht keine Ahnung äh Genehmigung das sind auf jeden Fall die kleinen die haben jetzt alle weggeballert um das hier freizuschalten aber was ist jetzt mit diesen anderen Teil was wir gekauft haben das verstehe ich jetzt überhaupt nicht weil es ist auch nicht mehr warte mal er ah ne er ist mein Werkzeug ähm es ist auch nicht mehr bei mir im Inventar drin ich hoffe jetzt nicht dass das jetzt durch den Bug weggekommen ist äh ne das sind wieder Neuigkeiten das ist was anderes hier ich weiß jetzt auch nicht was wir da jetzt gekauft haben steht hier wahrscheinlich auch nicht drin ne hm 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 ja P ist das hier genau ja das ist jetzt mal ne gute Frage äh jetzt haben wir 6 Uhr abends ich hoffe wir erreichen den noch weil jetzt habe ich 500 ausgegeben jetzt ist der nicht ernsthaft nicht da oder der läuft jetzt hier unten rum ich hoffe der ist nur irgendwas am kaufen oder so dass man da trotzdem noch bei ihm was einkaufen kann ähm also der die Katze meine ich jetzt ne der Kater und der äh Bürgermeister da wollte ich wenn es denn möglich ist gleich nochmal ganz schnell hin weil das ist natürlich jetzt auch so ne Sache ich würde mir das gerne nochmal durchlesen der hat auf jeden Fall noch geöffnet so Moment äh Karottensamen Kartoffeln ich weiß jetzt nur nicht wie viele Kartoffeln und wer alles Kartoffeln wollte aber ich kaufe mal welche 1 2 3 machen wir mal 5 keine Ahnung ähm Knoblauch wollte auch einer haben aber nur so als Quest soweit ich weiß ja gut den Pelz wir haben so wenig Geld ich denke mal den werde ich wohl selber ähm selber jagen muss ich mal gucken das sind ja Sachen die sind nicht so wichtig die jetzt herzustellen äh Moment Weizensamen kosten 25 Gold im Wert von 12 Gold ne hä 3 Tage die haben mich jetzt 40 gekostet achso im Wert von 20 Gold wenn ich die wieder verkaufe oder was ich hab keine Ahnung ich weiß es nicht äh äh Karotten weil für die Karotten habe ich doch 25 glaube ich bekommen oder du musst ja am Ende mal die Sachen theoretisch für mehr verkaufen als du sie eingekauft hast so ähm ich muss mir da echt meine Übersicht machen also Weizen haben wir gerade ich würde sagen dass ich jetzt einmal Reis kaufe dass ich mal meine Übersicht machen kann für für was man das verkaufen kann gut das sind jetzt aber Sachen die wir nicht äh Tomatensamen obwohl die sehr teuer sind ne ach ich wollte auch noch wegen dem Wurm gucken ja da ich weiß nicht ob ich da jetzt noch hinkomme ähm Moment Katze die sind hier alle in den gleichen Häusern drin oder was wo ist denn jetzt der Bürgermeister der ist also hier ist sein Haus bin ich doof wo war denn das ich glaube das sehe ich besser wenn ich jetzt hier rumlaufe oder war das nicht hier mal eben gucken offen ist noch ich hoffe ich kann ja auch noch was machen ja die kostet jetzt mehr erhöht die Anzahl der Handwerker die du platzieren kannst ja aber ich kann ja keinen Handwerker platzieren das ist jetzt das was ich überhaupt nicht verstehe ich könnte theoretisch nur noch mal eine Lizenz kaufen aber ich weiß halt nicht also wenn ihr wisst was es mit dieser Herstellungslizenz auf sich hat schreibt es mir gerne in die Kommentare weil irgendwie blicke ich jetzt hier wirklich nicht so ganz durch ähm ich habe die ja gekauft und man kann anscheinend verschiedene kaufen ja aber ich weiß halt eben nicht ähm was mir das jetzt bringt da steht zwar drin was es mir eigentlich bringen soll aber wo kriege ich denn einen Handwerker her und so muss ich die denn auch von hier holen oder was weiß ich eine Genehmigung könnte ich mir nochmal schnell mitnehmen was stimmt ähm ach so der Kamin kostete so viel genau das war das oh der Typ ist da da versuchen wir auch nochmal schnell hinzukommen also das mit der Genehmigung das ist ja auch soweit okay das habe ich ja auch verstanden da klickt man das einfach frei und alles das ist alles wunderbar was ich nicht verstehe ist halt wirklich diese Herstellungslizenz ich meine kann ich oder vielleicht ist es ja auch was was später kommt dass man eine Quest macht und dann heißt es ja du hast so viel zu tun und bla 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 du könntest jetzt einen Handwerker beauftragen bei dir sowas in der Art sie haben eine weitere Stufe des Fortschritts in der Fischerei erreicht herzlichen Glückwunsch zu ihrer fleißigen Arbeit ich kann ihnen jetzt ein Rezept mit Würmern anbieten zum Essen oder was das hört sich cool an nein die kostet 500 ach komm helfen bei der Herstellung von Dünger weil das würde mich natürlich reizen ach man ich schreibe mal auf 500 Wurmkiste damit ich da jetzt nicht immer wieder hin und her laufen muss dann kann ich mir das zwischendurch achso mit Escape komme ich hier nicht raus im Dorf sind alte Gewohnheiten wieder erwacht ich habe das Gefühl dass dies erst der Anfang solcher Ereignisse ist was? was ist mit der Konversation? oder hat der gesagt hat jetzt geendet das habe ich nämlich jetzt nicht wirklich verstanden ähm gut die sind jetzt hier auch genau die sind jetzt hier auch ähm Bäume am fällen das könnten wir natürlich auch mal zwischendurch machen wenn wir mal so in der Größe was sehen dreizehn splint holz ja toll das ist ja weniger als ich bei mir bekomme das ist ja doof Moment, Moment, Moment nein du hast so eine schöne Maserung gehabt nehm ich halt den nehm ich halt den soo wir haben wir haben einen Schwanz bekommen das klang vielleicht etwas seltsam ähm wir haben jetzt zweimal Pelz sehr schön für irgendwas brauchten wir das ja zum herstellen ähm da hinten sitzt noch einer nein nein komm nimm mir den aber wie gesagt die finde ich persönlich nicht ganz so schlimm äh wie die Großen die Großen würde ich mir vielleicht dann schon eher so ein Fake kaufen wenn ich jetzt ehrlich bin so wohin läufst du damit ich nicht zu nah rankomme okay jeder Schuss ein Treffer oh Jagen ist jetzt auf Stufe 2 sehr schön heißt das wir können jetzt mit ihm ja natürlich und er haut jetzt gerade ab bleib stehen Junge bleib stehen ich will noch mal mit dir sprechen wo bist du ich krieg dich noch ich lege jetzt hier meinen Superboost ein und dann kriege ich dich bevor du überhaupt das Gebiet wechselst bleib stehen ich muss unbedingt mit dir reden wir haben gleich erst 10 Uhr du musst noch nicht schlafen gehen alles gut hast Jan hallo du bist hier gut wenn du darauf bestehst den Weg eines Jägers einzuschlagen brauchst du eine bessere Ausrüstung ich bin bereit euch Rezepte für die Herstellung von Ausrüstungen wie der meinen zu verkaufen aber denkt daran Werkzeuge bedeuten nichts wenn ihr Besitzer nicht die Fähigkeit habt sie zu benutzen irgendwas wird brauchen hat er noch gesagt mehr konnte ich nicht lesen Dankeschön ein normaler Fall der durchschnittlichen Schaden verursacht ah heißt das dass wir damit vielleicht die Viecher auf einen Schlag kriegen könnten mit einem besseren Bogen vermutlich auch das wäre der durchschnittlichen Schaden verursacht und Kreaturen verlangsamt und der hier der wenig Schaden verursacht Pass auf dann kaufe ich mir den jetzt auf jeden Fall und dann spare ich noch ein bisschen zusammen beziehungsweise angel gleich noch ein bisschen über Nacht also offline damit ich diesen Bogen hier noch holen kann ich schreibe mir mal eben auf 250 für einen Bogen so dann können wir wahrscheinlich später auch große Tiere jagen und alles oh ich habe jetzt schon total Lust irgendwie hier weiter zu machen das ist total geil ja okay dann würde ich aber auch sagen dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen nachdem das Spiel mich ja vorhin schon gecuttet hat sozusagen und ja heb den Kopf heb den Kopf bevor ich diesen Cut mache heb den du sollst dich nicht umdrehen und weg war ja na gut das war so klar egal ähm wir machen hier erstmal einen kleinen Cut einen von meiner Seite nicht vom Spiel aus und äh ich werde dann mal gucken dass ich über Nacht nochmal ein paar Fische angel es ist sehr langweilig ehrlich gesagt aber ich meine was will man machen und dass wir uns da nochmal ein bisschen Geld beschaffen können und dann hoffe ich mal dass wir uns einen verbesserten Bogen besorgen können und den auch mal ausprobieren und ja achso genau und wir müssen auch noch die Karotten äh ne nicht die Karotten irgendwas anderes noch anpflanzen und wir bräuchten ja eigentlich ja auch was um Bäume pflanzen zu können jetzt bin ich ja am überlegen ob man das eventuell sogar einpflanzt nur meine Eiche wachsen zu lassen ah das heißt Eicheln muss man dann wahrscheinlich kaufen falls ich die irgendwo finde ich habe jetzt noch nicht darauf geachtet Eicheln für Bäume da muss ich auf jeden Fall mal drauf achten wenn wir dann irgendwo mal was kaufen können ob die irgendjemand anbietet sehr schön haben wir das Mysterium auch schon wieder gelöst und dann können wir zumindest einen davon zusammen anbauen und ja ich sage mal einfach bevor die Nacht gleich rum ist bis zur nächsten Folge Ciao vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren und dann